Steht einer von euch drin? Ja. Kannst du hier mal unter der Brücke die beiden Fallen aufstellen? Vielleicht rennen die dann ja rein. Unter der Brücke? Wo hast du die hingestellt? Ich stehe. Ah, hier hinten. Ja, ja, weil ich immerhin. Ich hab eindeutig die Seuche. Steht schon. Leider habe ich keine. Ich hoffe, die zweite Leider kann ich doch an mehr. Da müsste ich da gehören. Oh, hier ist drin. Was hier wohl ich hatte? Da ist hier drin. Ich habe drüber gesprungen. Oh. Der Dicke, glaube ich, der Dutzke. Äh, 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 äh. Jawohl. Und das Dicke müsst ihr jetzt auch gleich auf die Oma kommen. Ja, der Spoiler, der glitzte sich auch drüber gleich. Habe ich das Gefühl. Ich kann da erstmal eine Runde. Ich will die Fallen aufstellen. Ich habe auch keine Sticks, weil da habe ich keine Stücke mehr. Gibt's noch nicht. Baby. Baby ist, äh. Wer ist da? Oh, der hat sich auch mal kurz... Ich geh nochmal hoch. Der ist ja... Der steht aber direkt vor der Falle. Das Problem ist, ich brauche Stücke. Ja, ich habe auch gerade, ich habe gerade auch keinen mehr. Ja, ich habe meine jetzt keine verballert, aber ich geh mal neu holen. Hier vorne steht ein, äh, kleiner Baum. Er hat auch zum Kommen die Falle mal wieder aufstellen. Bist ich ja sicher. Ah, okay. Na toll. Die eine ist schon mal spawnd. Direkt vor meiner Nase, das ist ja eine Sauerei. Hm. So, ja, ein paar Sticks an, sagen wir mal, ja. Eine Falle steht schon. Die zweite stelle ich jetzt auch auf. Aufgestellt. Sehr gut. Eine Pfeile habe ich noch. Irgendwie haben wir so einen definitiven Alkoholmangel. Hm, wo kann das wohl liegen? Brandpfeile. Ja, genau, es sind Brandpfeile. Ja, okay, ich kling das heim. Ja, man kann sagen, jetzt sind die, jetzt sind die Alk weg hier. Wollte es jetzt nicht so sagen. Ah, hat ja keiner gehört. Vielleicht nochmal in die Höhle runter und holen mal ein bisschen was. Ich mach das jetzt mal einfach. Ich glaube, die Höhle hat man mit eingemauert, ne? Äh, nein. Die müsste eigentlich nicht... Also, die eine Höhle liegen bei der links enden ist, ne. Ne, da machen wir sie nicht. Die ist jetzt drin in der Mauer. Ich kriege ja. Das war's. so ein bisschen so jetzt halt wieder baubestimmen sammeln gehen also feierlich nur eine flasche alkohol muss doch irgendwo mal eine höhle sein wo es mal ein bisschen mehr gibt oder nicht so 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 ich stehe hier ich komme wieder hochgeklettert die seile wir sind zu eltern lang so so aber es war klar dass ich nicht weiter runter so 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 aber es war klar dass ich nicht weiter runter so 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 das so sehr angenehme haustür bei dir was ich hatte 18 stück 18 vogelspinnen bis vor drei jahren warum macht man sowas ja ich mag ausgefallene haustier momentan habe ich neben hund und katze noch sieben afrikanische riesenschnecken als haustiere warum nicht ja normal kann jeder mir reicht meine katze steine 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 der nächste tun ist fertig dann sollte es mal reichen denke ich noch und 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 und